Schnuri mit Buri. Lossen lohnt sich. Präsentiert von Lidl Schweiz. Hallo zur neuen Folge von diesem Podcast «Schön bist du» mit der Vii. Mein heutiger Gast, der mir vis-à-vis sitzt, hat in seiner beruflichen Laufbahn schon die Kochbrigade von sieben Premierministern in Great Britain geleitet und vier Generationen des englischen Königshauses mit seinen Kochkünsten verwöhnt. Es freut mich sehr, dass er heute hier bei mir ist im Studio. Eine Grüße geht an internationalen Star-Koch mit diversen Auszeichnungen, an Anton Mosimann. Hallo Anton. Hallo Anita. Freut mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr stolz, dass ich heute hier sein darf. Toll ist es. Im Sommer hast du warmes Wetter mitgebracht. Ja, es ist schön warm draussen. Sogar heiss jetzt. Immer wenn ich dir telefoniere, wenn wir uns hören, am Telefon bist du irgendwo unterwegs. Du reisest natürlich viel. Das war früher noch berufsbedingt. Aber auch heute reisest du natürlich noch sehr gerne. Du wohnst in Montreux und in London. Wo kommst du denn jetzt gerade her? Ich bin vom Montreux gekommen. Wir haben noch eine Tour gemacht in der Auschwitz. Und jetzt sind wir heute hier, um eben mit dir Zeit zu verbringen, was mir immer sehr, sehr Freude macht und Spass macht. Also immer an deiner Seite ist natürlich deine Frau, Katrin. Und jetzt sind wir ja dann schon bald 50 Jahre verheiratet. Also ihr feiert eine goldene Hochzeit. Gibt es da ein Fest? Es gibt ganz sicher ein oder zwei Festchen sogar. Ein kleines grösseres, ein kleines kleiner. Aber wir werden ganz sicher zurück nach Japan, wo wir uns ja damals kennengelernt haben, vor über 50 Jahren. Und da werden wir ein bisschen Erinnerungen aufgerissen. Also ja doch, wir freuen uns darauf. Und weisst du denn so das Erfolgsrezept von einer 50-Jährigen oder noch längeren gut funktionierenden Partnerschaft? Kannst du uns da Tipps geben vielleicht? Ja, du, in Englisch heisst es «Yes, dear». Wenn etwas ist, das einfach «Ja, ja, das machst du gut» und so weiter. Und wir verstehen uns ganz, ganz gut. Und wir können uns ja gut ergänzen, bei verschiedenen Aufgaben und so. Und bis jetzt auch so ist es gut gegangen und sind wir noch sehr happy. Ihr kocht ja auch beide gerne, gell? Und auch gut. Ja, richtig. Die Frau kocht auch sehr, sehr gut. Und ich möchte auch einen Final Touch, wie man sagt, und ich habe es ein bisschen abschmeckt und so. Aber sie macht das immer sehr gut. Jetzt fangen wir aber ganz vorne an, Anton, bei deiner Geschichte. Also du bist ja der Sohn von Wirzlut. Du bist in Biberist aufgewachsen, im Kanton Solothurn. Ja, zum Teil ganz wenig. Aber hauptsächlich in Nido, bei Biu. Das ist so, wo ich aufgewachsen bin, gross geworden bin, auch im Restaurant. Meine Eltern hatten dort ein Restaurant. Und ja, da habe ich lernen, kochen und lernen, abschmecken. Und alles Mögliche habe ich dann gelernt als Schuhbube. Aha. Also in Nido auch bist du gewesen und auch in Grenchen, glaube ich, auch noch, gell? Ja, in Grenchen bin ich geboren, also solange geboren. In Grenchen hatten wir auch einen Bauernhof und ein Restaurant im Berg oben. Und da bin ich dann noch klein, mit 7-jährig, nach Nido zu Gelt und dann hat sie angefangen, mit dem Restaurant, in der Küche dürfen verbringen, auf dem Meer kommen, mit dem Vater jeden Samenstieg auch einkaufen, so das Gefühl bekommen, zum Koch werden eines Tages. Und das habe ich nie bereut bis jetzt. Nie bereut. Also früher ist das ja noch etwa so gewesen, dass man einfach selbstverständlich in die Fussstapfen von den Eltern getreten ist, oder? Also ist das schon, also Sie sind schon der Grund gewesen dafür, also deine Eltern, was sie dir vorgezeigt haben und dann hat es dich auch gepackt. Du, ganz sicher. Weisst du, eben auf den Meer gehen und dann zurückgehen ins Restaurant, in die Küche und dann das zu bereiten und eben mitkochen als kleiner Gell. Und das hat mich damals sehr imponiert und Freude gehabt. und sogar manchmal für meine Schulkollegen kochen am freien Tag. Und das ist immer gut angekommen. Und das hat mich auch inspiriert, nachher einfach zum Koch zu lernen. Und nach so vielen Jahren, was würdest du denn sagen, was haben dir deine Eltern mit auf den Weg gegeben, also jetzt als Koch, also was hast du übernommen von ihnen? Du weisst, einfach, es sind lange Tage, es sind sehr viele Stunden im Tag, und du musst arbeiten. Das habe ich damals schon realisiert und mein Vater und Mutter beide im Restaurant gewesen sind. Aber es hat mir nie etwas ausgemacht, weil ich ja immer Freude hatte. Und wenn du Freude hast und kannst jemandem Freude machen, eben zum Beispiel der Gäste, dann bist du auch sehr, sehr happy. Jetzt hast du Koch, Leo, gemacht, im Restaurant Bären, so richtig traditionell. In praktisch jeder Stadt gibt es einen Bären. Das stimmt, ja. Aber das ist in Twan gewesen. Gibt es das Restaurant noch heute? Ja, das Hotel gibt es heute immer noch und ist jetzt auch in der dritten Generation. Und das war eine sehr interessante Lehre, sehr, wie soll ich sagen, Traditionslehre in dem Sinne. Der Chef war ein richtiger Gentleman, Gentleman gewesen, wirklich einen tollen, tollen Typ, wie man sagt, ein guter Koch, ein gutes Vorbild. Und sie war fast das Gegenteil. Sie war immer laut in der Küche und musste schreien, das war so eine kleine insiniiart gewesen. Und dann habe ich gelernt, wie wir es machen sollten und nicht machen eines Tages. Und ich habe gesagt, wie ich immer Küchenchef bin, es wird nie geschreuen, es wird nie geflucht in der Küche, wie damals sicher die Tagesordnung gewesen ist. Und bis jetzt haben sie immer durchgezogen. Bei mir durfte nie einer in der Küche schreien. Es war immer ruhig, gut engagiert, Disziplin, das hat sich gehört. Du sagst, man durfte nicht rumschreien und wenn man es gemacht hat, was ist denn passiert? Straf? Das Denkli sein. Genau, jetzt ist Straf, ganz sicher. Und das ist eine Sache von Kaffee trinken miteinander und diskutieren soll. So nicht. Das muss jetzt ändern. Und das hat geändert, ich muss sagen. Jetzt bist du natürlich in deiner beruflichen Laufbahn all die vielen letzten Jahre nach der Lehre auch schon hat es angefangen, bist du sehr viel unterwegs gewesen, auch im Ausland. Also ich habe hier eine Liste gemacht, wo du schon überall kochtest. das ist in Belgien, Frankreich, Italien, Kanada, Schweden und auch Japan. Welches Land hat dich am meisten beeindruckt und wo hast du vielleicht auch noch etwas rausgekopiert, kochtechnisch? Ja, überall ein bisschen. Überall, lehrst du den immer, wenn du willst, lehren kannst du überall etwas mitnehmen. Aber vor allem Japan ist natürlich ganz, ganz anders gewesen und für mich eine ganz schöne Erfahrung vom Kochen her, aber auch von den Leuten her. die Kirche haben sich eingesetzt, die Disziplin war da, die Ordnung war da, sie hatten eine Freude mit unserer Küche und wir hatten eine Freude, mit ihnen zusammen zu arbeiten. Das war eine ganz tolle Erfahrung, auch menschlich. Das ist unglaublich, dieser Einsatz, den sie immer gezeigt haben. Ein Jahr bist du im Japan? Fast ein Jahr, ja, richtig. Doch, zurückkommen mit einer rucksackvollen Erfahrung. Und die kochen ja nicht mit Butter und so, also einfach direkt in die Pfanne rein und anbraten. Ja, das ist es so. Ich meine, bevor ich nach Japan bin, habe ich in einem Ballastvater in der Schweiz gearbeitet, wo man damals noch mit Rahm, weißt du, Anken, Rahm und Anken gekocht hast, in Massen und dann kommst du nach Japan und dann hat es keine Anken mehr und kein Rahm mehr. Also schon interessant, die ganze Kultur, Änderung der Kochkunst. Das glaube ich dir. Und wenn man jetzt so zurück schaut, von dir gibt es etwa zwölf Kochbücher, gell? Richtig. Ich habe hier eine Sequenz herausgeschrieben, also zum Beispiel Mosimans natürliche Küche gibt es, Mosimans kulinarische Schweiz, Mosimans vegetarische Küche. Aber welches Buch von all denen würdest du am meisten empfehlen? Welches Kochbuch? Ja, das ist eine gute Frage. Also ganz sicher das letzte Buch, das ich geschrieben habe, «Life is a circus». Das ist schon meine Biografie. Kanto-Biografie, ja. Mit einem wunderbaren Ghostwriter Willi Neve hat man da sehr unterstützt. Das war eine tolle Zusammenarbeit. Und das ist auch eine Geschichte, ja. So vom kleinen Donnelly damals in Nido bis zum Anton nach London. Es ist eine tolle Erfahrung, das Buch zu schreiben, ja. Und jetzt geht es ja noch weiter. Also in der heutigen Zeit ist ja schon auch die vegane Küche immer ein Thema. Also hast du jetzt gesagt, für dich, also so, jetzt ist also fertig, auf den Zug springe ich nicht auch noch auf oder kommt da vielleicht mal noch etwas in Zukunft in diesem Bereich? Ja, weisst du, jetzt in meinem Fall als Küchenchef, wo du Gäste beginnen, jeden Tag, bei Koch und so weiter, du musst flexibel sein. Und wenn jemand vegan ist, dann ist er halt vegan, dann kenne ich auch vegan oder vegetarisch oder was immer. Da musst du einfach auch die Leute respektieren, was sie gerne haben und nicht irgendwie Pust in dem Sack machen und so weiter und vielleicht ein paar schlimme Wörter sagen. Bei mir gibt es das nicht. Wenn jemand einen Wunsch hat, dann wird er erfolgt. Das glaube ich dir. Also man tut es, den Körper verändert sich ja auch mit den Jahren, oder? Also bei mir ist es so, ich habe eine Laktoseintoleranz entwickelt. Das heisst, ich musste mein ganzes Gekochen umstellen und ich habe das nicht gesucht. Also da könnt ihr natürlich auch euren Leuten wahrscheinlich in der heutigen Zeit auch immer anbieten. unbedingt, ja. Doch, wenn jemand wie gesagt, ein Diät hat oder strikte Diät oder einen Wunsch hat, dann wird der erfüllt. Ich habe mal ein Interview gehabt, wo jemand gesagt hat, ja, den Wunsch erfüllen, wenn jemand ein Steak, ein Rindfleisch, was immer, Bien-Qui oder so, ja, Wohldan verlangt, dann machen das dann, sage ich. Ja, sicher. Er zahlt ja dafür. Warum soll es da wiederum eine Ausrede haben oder was immer, dass ich Wunsch, wenn er kein Blut auf dem Teller dann, ja, zubereiten, wie er es gerne hat. Jetzt hatte ich vor dir auch einen Koch als Gast in diesem Podcast, und zwar noch eine jüngere Generation, und der hat mir erzählt, also er wird nie eingeladen bei den Leuten, weil er eben Koch ist, und da getrauen sich die Leute gar nicht. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Ja, das ist ähnliche Erfahrung bei mir auch, das kommt ab und zu vor, aber nicht sehr oft, weil die Leute immer das Gefühl ja, da muss ich mal zum Nachtessen, oh nein, und dann wird sie nervös und so weiter, aber es gibt Leute, das macht etwas ganz Einfaches, wir haben geschwölte mit Käse und einem wunderbaren Salat oder irgendein einfaches Gericht wie Kuttel oder irgendetwas, da sind mir sehr glücklich. Also da habe ich überhaupt keine Angst und ich würde also nicht abstecken, weil es etwas Einfaches zu kochen für mich. Und was ist denn jetzt dein und Kathrin, ihr Lieblingsessen? Gibt es das überhaupt? Ja, schwierig, wir essen ja so gerne gut und einfach auch einfache Sachen. Wir sind in London verwöhnt mit der orientalischen Küche, also fernöstlichen Küchen wie Chinesisch, Japanisch, Thailändisch und so weiter, Indisch. Also wir können sehr, wenn wir rausgehen von acht von zehn Mal essen wir ganz sicher diese Kücheart. Aha, jetzt machen wir aber noch weiter in deiner Geschichte, gell? Also du bist seit 1975 in England, also in Great Britain und du bist dann zuerst der Chef für die Küche des Dorchester Hotel in London und speziell daran ist, du bist ja dort empfohlen worden für diese Stelle vom Vater von Christa de Garouz, der Modedesignerin. Was ist denn das für eine Geschichte? Ja, das ist eine herrliche Geschichte. Damals hat er einen Wettbewerb gewonnen, meine erste Goldmedaille, mein erstes Interview mit einer Zeitung, einer Fachzeitung und dann hat er vorgelesen in Zürich und ist irgendwie begeistert gewesen, hat mich dann eingeladen zum Nachtessen bei ihm zu Hause und er hat gesagt, nein, also der kleine Mosima, der grosse Furrer, das geht nicht, ich musste sechs Monate lang Mut fassen, bis ich mich entschieden habe, zu ihm zu essen und dann haben wir diskutiert über seine Kochbücher und so weiter und dann haben wir uns verabschiedet und drei Monate später kommt er ein Telefon rüber von London von meinem Vorgänger der sagte, du ich habe bereits drei Küchenchefe Nachfolger gesucht und keiner hat es gearbeitet das hatte es schon aber keiner hat es gearbeitet und sagt er vorhin du Mosima warst ein paar Monate vielleicht sollst du das anrufen und so bin ich nach London gekommen wegen dieser Goldmedaille und ich bin heute noch sehr stolz sie hat unterdessen 50 Goldmedaillen im Museum in Le Pouvray und das ist meine erste und sicher die wichtigste Comedalics die ich je gewonnen habe und wegen dem sind sie heute da wegen der Comedalics jetzt müssen wir aber schon ehrlich sein Anton also England ist ja jetzt nicht gerade so bekannt für eine super Küche also alle reden immer von Fish and Chips wenn man England hört das ist so traditionell und ja Toast Forever zum Beispiel auch also ich war auch mal ein halb Jahr in England für einen Sprachaufenthalt und dann hat mir das halbe Brot gefällt also wie denkst du heute so jetzt mal abgesehen von deiner Küche oder hast du etwas verbessern am Ruf das ist natürlich die Zeit ist vorbei man kocht und isst heute in England sehr sehr gut vor allem in London in grösseren Städten also sehr gut natürlich als ich vor über 40 Jahren war das etwas anders da hast du ganz recht also gut in meinem ersten Fernsehprogramm damals im Norden von England durfte für eine Familie kochen mit sieben Leuten mit 10 Pfund im Hosensack das ist dann von BBC organisiert und dann habe ich wirssig kohl gekocht für vier Minuten also wunderbar grün und geschmacklich und das wirklich toll ausgesehen und das hat die Frau vom Haus also die Lady des Hauses sagt sie Anton I cook mine for four hours also den kohl hat sie für vier Stunden gekocht das war damals gang und gab wie länger das kocht und besser riecht es dann bist gleich das Gegenteil mine vier minuten gekocht und vier stunden als du siehst wie viel geändert hat das klub klub restaurant gründet mosimans das kenne auch in london das spezielle war früher das mal kiaja war da sind diverse politiker bei dir kulinärisch verwendet wurde kulinärisch auch internationale staatsleute und auch showbusiness leute von überall her also gibt es da jemanden ich nehme an das ist schwierig zum entscheiden aber jemanden der einfach geblieben ist du hast ja Fotos mit elton john mit bill clinton mit allen aber jemanden du sagst tolle mensch ja hat so viele da hast du ganz recht es schwierig zum jemanden raus pick in dem sinn aber lady diana war zum beispiel eine tolle frau sie liebe gast und wir uns unglaublich gut verstanden sie hat immer essen risotto vor allem schätzt und ist auch mit den Buben , damals die pizza serviert und ja wir sind sehr gut befreundet gewesen und immer gerne für sie kochen sie immer schätzen und hat sich bedankt und ist so lieb gewesen ich bin auch ein riesen fan der lady die die grosse hochzeit war im 81 da bin ich drei und ich kann mich erinnern wie die zeremonie alle jahre immer wieder im Fernsehen kam und das hat mich auch so beeindruckt muss ich auch sagen schön dass du sie kennst ja ganz tolle frau gesehen wenn wir gerade im königshaus sind also seit 40 jahren kochst du für queen und royal family also du hast auch bei der hochzeit von prinz william und der herzogin kate hast du alle gäste verwöhnt also was sind royals im allgemeinen für leute die sind ganz normal und wenn sie näher kennen sind sie nur normal also ganz freundlich und nett und ich muss sagen sie hatte immer sehr gute fahrungen sogar noch bei der königin mutter damals sie war immer zu mir essen war richtiger fan ja und die jungen und die jungen jetzt also toll es ist immer auch wir kochen für ihn schon seit 35 jahren und ist immer sehr sehr nett und sehr zuvorkommend und bedankt und es ist eine schöne Reaktion zwischen denen und es ist immer sehr angenehm mit den Royals zusammen zu arbeiten und gerade Pins Jahn hat sich immer bedanken und hat Freude und sagen bis zum nächsten Tag und so weiter es ist eine schöne Erfahrung also ich staune ja mal was alles in den Medien über die Royals geschrieben wird und sie meistens kein Kommentar oder also da muss man zuerst mal können also das finde ich vorbildlich oder das stimmt schon wir sehr vorsichtig sind und man soll Respekt haben in dem Sinn und zum Beispiel vor x Jahren bin ich Präsident von den Hoflieferanten in dem Jahr haben wir Königinnen vier Mal gesehen in Bülmsen Kassel dann im Packen Ballast und so weiter und zuletzt haben wir dann fast halbe Stunde mit einer Dörfer reden Majesty meine Frau und ich und haben wirklich Gott um die Welt diskutiert und gesprochen und sie war wirklich up to date was läuft in dieser Welt wir waren sehr imponiert und sehr nett sehr relaxed also eine ganz tolle Erfahrung also die bekannten tea times die Queen einem to tea laden wie läuft das denn ab genau darfst das überhaupt erzählen oder stellt sie einem Frage und du antwortest oder ist das Gehen und Nein sie gibt schon den Ton an in diesem Sinn sie fragt sie etwas und antwortet und dann geht es weiter also ganz relaxt atmosphäre und etwas ganz besonderes in deinem Werdegang ist natürlich 2004 passiert dann hast du von Queen Elisabeth II hast du den Order of British Empire überkommen das heisst du bist jetzt ein Sir oder nein 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 da ist ich noch etwas höher aber eine ganz tolle Auszeichnung die es sehr selten gibt für nicht Engländer in dem Sinn eben das ist selten nicht geboren in Engländer in dem Sinn ja jetzt wird ein Englischer Bass aber doch das ist eine ganz tolle Auszeichnung und ich bin sehr sehr stolz sie selber hat mir es dann übergeben im Böckham Palace und das ist eine Art die ich wirklich nie wieder vergessen und die Auszeichnung ist wirklich sehr speziell ich bin sehr stolz darauf und wie läuft das ab doch nichts an und dann kommt das Schwert genau ganz genau und es ist gerüft und so das ist eine ganze Serenomie und ja viele Leute die alle Freude hatten und ich war sehr sehr happy immer noch das glaube ich dir das ist eine riesen Ehre ja ganz sicher also zu unserer Geschichte noch Anton wir zwei haben uns ja 1999 kennengelernt das allererste Mal also vor 23 Jahren einmal die Zeit läuft unglaublich ich kann mich noch erinnern dass ich hier beruflich in London gewesen bin und da war an meiner Seite noch der Journalist André Hefliger und hat gesagt also Anita als Schweizer muss man mal bei Mosimans gewesen sein das ist allgemeinbildig und dann sind wir bei dir im Club Restaurant vorbeikamen also sind die Schweizer traditionell haben dich regelmässig besucht sind auch treue Gäste von dir Unbedingt es sind sehr viele die geschäftlich privat in London zu tun oder zu tun haben die dann einfach vorbeikommen und sagen wir sind da dürfen wir essen und so weiter und das ist immer eine gute Zusammenarbeit ich habe immer sehr Freude wenn die Schweizer wieder kommen und sagen wow jetzt haben wir mal das Glück zu euch zu essen dann habe ich auch Freude jetzt ist ja das Jahr nochmals etwas Besonderes passiert also mit der Royal Family es ist ein 70-Jahr-Tron-Jubiläum von der Queen und da habe ich auch noch eine Geschichte mit dir also ich durfte beim 60-Jahr-Tron-Jubiläum an die legendäre Garden-Party mitkommen mit dir zusammen also das ist natürlich unvergesslich ich weiss noch wo man dort reingelaufen ist in den Buckingham Palace Garden also da war es wie am Flughafen also da hat man natürlich auf höchste Sicherheit geschaut aber das ist ja so eben dort zum Beispiel habe ich dich beobachtet beim Schaffen also ich habe gesehen wie ruhig dass ihr arbeitet wie respektvoll ihr mit den Mitarbeitern umgeht und jetzt habe ich gerade beim Recherchieren letztens auf dem SRF gesehen dass du schon mal gesagt hast also wenn jetzt zum Beispiel ein Fehler passiert bei deinen Mitarbeitern oder passiert ist dann hast du den Fehler immer zuerst bei dir selber gesucht wie wenn ein Fehler passiert in einem Betrieb dann hat man es den Mitarbeitern nicht richtig erklärt das hat mich noch beeindruckt also ist das an und so dass der Chef übernimmt die Verantwortung also in meinem Fall schon ganz sicher weisst du es ist wenn du etwas erklären und dann kommt es anders aus als du dich das vorgestellt hast dann musst du sagen haben wir es richtig erklärt haben wir Zeit genommen haben wir es richtig gezeigt und so weiter und das ist ganz ganz wichtig andere Leute verschreien oder irgendwie sagen schau das und dann nein dann gehe ich mal in die Küche und sage schau wir machen es mal miteinander und das ausprobieren und sehr oft ja vielleicht habe ich doch zu wenig Zeit genommen um ihm das genau oder ihr das genau zu erklären und das ist wichtig so ist auch gut die Atmosphäre mit den Mitarbeitern ich habe nie ein grosses Problem gehabt ich bin immer damals im Dorf zu essen bin ich jeden Morgen ich habe in die Küche ich habe jedem die Hand gegeben jeden begrüsse ich persönlich das ist 45 Minuten hat das dauert jeden Morgen aber es hat sich gelohnt weisst du du hast die Leute die Hand du hast in die Augen geschaut und dann spürst du sofort die Temperatur wenn irgendein Problem ist dann sagst du komm wir einen Kaffee trinken miteinander wir diskutieren und so kannst du Fehler irgendwie ja ausbügeln oder ja korridieren in diesem Fall Wertschätzung gegenüber den Mitmenschen egal welche Stellung ganz genau das spürt gar grau für mich ich bin immer auch Part of Dem in dem Sinn weisst du immer mitgemacht ich arbeite mit euch zusammen und wir sind ein Team und machen es miteinander und so kommst du nachher auch zu einem guten Resultat was ich sehr schön finde ist wie du heute mit deiner traditionellen Fliegen mir vis-à-vis sitzt also das ist dein absolute Markenzeichen ich habe dich glaube noch nie ohne gesehen kann das sein ja das kann gut sein nein ja das ist doch mein trademark mit dieser Fliegen die ich immer habe und doch es macht Freude auch beim Kochen sind immer weisst das ist doch ein bisschen speziell und die Gäste kennen mich auch mit den Fliegen und wenn sie keine Fliegen hat würde sie sagen du wer ist das kennen wir gar nicht du bist gerade ein anderer ich muss auch sagen du hast dich gar nicht verändert jetzt haben wir uns schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen persönlich bist aber immer noch dergleichen also du bist ja auch noch sportlich also wie haltest du dich fit ja ich gehe wenn es fünf Tage in der Woche gehe ich ins Gym am Morgen ziemlich früh mache meine Stunden Aufgaben da nein das mache ich ganz gerne weisst du gerne ich war immer sportlich gesehen und auch heute noch wenn es irgendwo auf der Welt nehme ich den Gymsack mit und dann wird da trainiert das ist fleissig Sport ist wichtig ja ich finde es gut Mentale und Physikale finde ich es sehr gut jetzt sind ja auch Anton die letzten zwei Jahre sind ja für uns alle also schon prägend gewesen also ganz speziell England hat es extrem getroffen gehabt mit der Pandemie und dein Motto ist ja keep it smile oder hast du das beinhalten also erzähl mal wie hast du die letzten zwei Jahre erlebt ja es war nicht einfach das ist ganz klar für alle nicht aber wir haben die Leute durchgeschleusert in dem Sinn die meisten Mitarbeiter haben wir das behalten in dieser Zeit und haben wir auch motiviert wir sind mit ihnen in Kontakt gewesen und ab und zu jetzt auch einen Kaffee geben wenn es erlaubt ist zu diskutieren also wir haben das gut in der Hand in dem Sinn klar die Leute sind nachher abgesprungen also während der während Covid oder auch nachher sind sie dann irgendwie haben sie vielleicht ihren Beruf gewechselt ja gewisse Leute verloren aber wir haben es möglichst gemacht und wir persönlich wir sind ja gesund und zweig zum Glück wir ja wir haben das Virus ganz am Anfang aber das ist gut über die Runde gegangen und so hat man das Beste daraus gemacht hast du aber mal zeitweise auch das kochte Geschmackssinn verloren richtig das ist ganz wenn man sich das vorstellt ui 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 ganz am Anfang so gesehen und wie lange hat das auch nicht gehabt ja das ist also vier Wochen lang hatte ich wirklich Muskeln viel geschlafen Muskeln weh hat viel geschlafen der Geschmack ist sozusagen ja zum Teil nicht mehr da gewesen ich habe aber noch zurückgekommen noch nicht hundertprozentig zum Teil immer noch Sachen die ich nicht mehr riechen aber du mit Erfahrung kann man solche Sachen gut machen und du hast erst gerade im Dezember 21 Hansg hast du dich dann entschieden dass du dein Clubrestaurant deinen Söhnen weitergibst also Mark und Philipp hat die ganze Zeit die wir erlebt haben vielleicht dich auch zum Nachdenken gebracht und hast gedacht jetzt habe ich genug langsarbeit jetzt mache ich mal ab und dann ist der Brexit ja auch noch gekommen richtig ja es war ich habe ja das Museum aufmachen das Kochkunstmuseum sicher das Grösste in der Welt 6'000 Kochbücher eine Menge Diplomas 260 schwarz-weisse Fotos von Persönlichkeiten die du schon erwähnt hast zum Teil dann 50 Goldmedaillen und das ist Inspiration und Motivation für die jungen Leute das Museum ist nicht nur für mich sondern für die nächsten Generationen die kommen umeinander und sagen wow schau wenn das der Musik kann kann ich das auch und das kann ich gerne das ist Musik für meine Ohren so etwas zu hören und da beschäftige ich mich sehr viel damit beschäftige wenn ich im Montreux bin ich ganz sicher in der Woche 3-4 Mal im Museum jeden Morgen durch die Leute umeinanderführen und auch die Studenten es ist eine Hotta-Fachschule die ist auch dabei bei 300 Schülern und da ich auch mit denen viel reden und kochen und inspirieren und motivieren wir brauchen so junge Leute die jetzt wirklich eine Einspritzung brauchen für den wunderbaren Beruf die wir als Koch gelehrt haben und eben man muss denen helfen und sie unterstützen also das Museum von dir war der Grund der gesagt ich stecke meine Energie dort rein stecken und die Söhne sollen zu Mosimans weiterführen ungefähr so das war der Grund das war der Hauptgrund weil sie ist ja auch alt genug sie war jetzt lange nur bei mir und ich wollte es anders machen in dem Sinne und habe es sehr sehr freut mich sehr voll beschäftigt und voll motiviert das glaube ich dir also ich habe da noch Notizen gemacht was du zum Beispiel für Auszeichnungen bekommen hast also zum Beispiel die goldene Feder hast du mal bekommen von den Deutschen für ein Kochbuch Gastronomische Akademie in Deutschland hat dich ausgezeichnet und im 21 dann eine Auszeichnung von der Schweiz habe ich gelesen du bist Ehrendekan für was denn genau irgendwie so etwas ja ja doch das macht immer Freude wie gesagt über 120 Diplomas und das kann man dort anschauen ja jeder hat eine Geschichte und jeder hat eine Story und die kann man dort anschauen richtig sind wir gespannt und jetzt sind wir gleich am Schluss aber ich möchte etwas nicht missen ich schaue mit jedem Gast der hier im Talk kommt seine Numerologie schnell an und das hat Tina der Coach unsere Numerologin hat unser Geburtsdatum angeschaut das ist der 23. man darf sagen wir steht ja im Internet richtig 23.02.1947 das heisst 75 und sie sagt anhand Berechnungen du seist mit 26 erwachsen gewesen das ist 1973 ok würdest du das bestätigen ja meine zwei Jahre später bin ich ja Küchenchef wurde im Dorchester Hotel mit 132 Köchen habe ich schon erwachsen sein für einen Job wie das gewesen ist und ja da hat es vielleicht nicht unrecht muss ich sagen das ist sicher ein gutes Statement und ja also es ist doch mit dem kann ich leben das ist früh oder ja früh erwachsen aber ich bin wie soll ich sagen ich bin schon als ein Junge immer als noch jüngerer immer ein bisschen ein Streber gewesen mehr wollen und so weiter habe ich mich eingesetzt nebenbei noch so neben der Lehre noch so Diplomas gemacht und so und ja das ist kein schlechtes Statement muss ich sagen gratuliere dieser Dame und dann hat es da noch Persönlichkeiten von der Vergangenheit die gleich Zahlenkonstellation wie Anton Mosimann und zwar sind da grosse Namen das sind zum einen Martin Luther King hat die gleiche Zahlenkombi und Konrad Adenauer das ist ja der erste Bundeskanzlerin der BRD hatte und das war ja ein Erfinder also hast du gewusst dass der die erste vegane Wurst erfunden hat nein das habe ich nicht gewusst nein aber gut zu hören kulinarisch habt ihr irgendetwas gemeinsam und was sie auch noch herausgefunden hat ist sie sagt heraus also Herausforderungen stellst du dich furchtlos du weisst dass du Schwierigkeiten kannst meistern also sehr selbstbewusst ja da hat es ja auch etwas richtig ich bin immer sehr positiv in den Beruf hineingegangen ich lebe in dem Sinn und ich sehe immer alles grün anstatt rot und habe mich eingesetzt habe ich meine Hausaufgaben gemacht in dem Sinn in der Küchensprache heisst das mise en place du machst alles parat du hast deine Zutaten zubereiten vorher rüsten schneiden etc und dann fährst du zu kochen du fährst nicht zu kochen und dann sagst du jetzt habe ich die Ziebel vergessen jetzt muss ich die noch kaufen das ist auch Sachen vom Organisieren und da war ich immer sehr direkt pünktlich und immer sehr freut alles vorher 100%ig zu bereiten und kontrollieren und noch einmal kontrollieren dass es ja gut geht ich bin auch immer der zum Beispiel jeden Morgen in der Küche mit dem Kaffeelöffel versuchte jeden Morgen habe ich alles weisst es sind vielleicht 50-60 Zutaten gewesen oder gerecht gewesen die ich kontrollieren musste bevor sie bereit waren für einen Gast zum konsumieren und dann warum machst du jetzt das ist es immer gleich dann sage ich ja nicht ist es immer gleich manchmal ist es auch ein bisschen anders und das das habe ich immer kontrolliert also ich war ein Kontrollfreak wie man sagt auf Englisch apropos Kontrollfreak wie ist denn das bei der Royal Family also hat es dort einen Vorkoster der noch mit in die Küche kommt oder wie kann man sich das vorstellen das gibt es ab und zu zum Beispiel damals No. 10 Downing Street wo der George Bush kam essen während der ganzen Zeit habe ich zwei Polizisten zwei Security in der Küche gehabt wo alles kontrolliert haben also die ganzen Rohprodukte und so weiter bis sie dann aufs Teller gekommen sind haben sie alles kontrolliert und versucht alles das muss schon sein ja doch das kommt vor bei der Royal Family da ist es ähnlich aber mit Kenne ist ja schon so ein paar Jahre dann ist das Vertrauen ist dann schon ein bisschen grösser als sonst wenn wir gerade beim Thema Kontrolle sind das finde ich jetzt irgendwie schon noch spannend also ich habe auch als ich über dich recherchiert gesehen dass du teils auch du hast zum Beispiel gesagt dass Queen nicht gerne Knoblauch hat und so also ich nehme an da sind dir schon auch Grenzen gesetzt du darfst doch nicht alles erzählen also besprechen im Vorfeld was du erzählen und was nicht ja das ist ja das ist ein bisschen in Englisch commonsens in dem Sinn ich war immer sehr vorsichtig weil wir ja mit den Leuten zusammenarbeiten schon viele Jahre und wenn du aus der Küche zu viel erzählst dann ist das auch nicht sehr positiv also man muss sehr vorsichtig sein ich war immer sehr diplomatisch und auch immer sehr ehrlich von dem her und das wird auch von ihnen sehr geschätzt wenn du alles erzählst was du gesehen hast oder was mit der Laptest und so weiter das ist schon wichtig Diskretion ist wichtig das glaube ich ja und jetzt noch ein letzter Punkt wo Tina der Coach angesprochen hat bei dir also du siehst ein sehr eine emotionale Seele siehst du und du lebst alle Gefühle leidenschaftlich ob jetzt positiv oder negativ ja hat sie auch einen guten Punkt doch ganz sicher ich bin sehr feinfühlig in dem Sinne ich tue mich auch immer sehr anpassen wenn irgendetwas Problem ist oder irgendetwas helfen kann bin ich gerne dabei ja zum Beispiel auch wenn ich am Morgen vom Gym nach Hause komme dann nehme ich noch einen Kaffee mit extra für den der meine Strasse putzt mit ihm ein paar Worte schwarzen eben er macht einen guten Job selten kommt er ein Kompliment über ich mache ihm ein Kompliment und gebe ihm einen Kaffee und eben das ist schon die Emotion in dem Sinne ja doch das ist etwas Schönes ich danke dir vielmals für deinen Besuch Anton jetzt habe ich dir natürlich noch ein Geschenk zum mitnehmen der Podcast ist ja präsentiert vom Lidl Schweiz und darum habe ich dir ein Deluxe Geschenk genommen das sind feine Orangen Biscuits schön danke vielen Dank verschiedene Sorten fürs Frühstück und wie du ja gerne asiatisch kochst habe ich dir verschiedene Öle Woköl Sesamöl was haben wir da noch Erdnussöl und was natürlich nicht fehlen bei den Asiaten ist Glückskekse das schicke ich dir jetzt hier über Anita danke vielen vielen für die Geschenke das macht Freude wenn ich gewartet bis ich versuchen und mit ihnen kochen danke vielen vielen und es hat mich riesig freut dich sowieso nach so vielen Jahren wieder zu sehen und dass du gesund und munter bist und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin viel Erfolg bleiben gesund und auf ein anderes Mal danke recht vielen Dank dir auch alles Gute und wie gesagt du schaust sehr toll aus wie immer danke vielmals Anton Mosimann danke fürs Interesse liebe Leute da aussen und ich freue mich aufs nächste Mal auf Wiederhören Tschüss